Hallo zusammen, heute ist der 14.04.2023. Ich stehe hier in der Nähe von Tübingen in Mössingen an einem wunderschönen Tag. Ihr seht hier einen Pilot Evidence G741. Was alles in eine Heckgarage passt, zeige ich euch jetzt. In der Heckgarage seht ihr einen UNU E-Scooter. Nagelneu, letzte Woche gekauft. Wie ihr seht, habe ich ein großes Kennzeichen. Das heißt, ich habe das Fahrzeug freiwillig zugelassen. Das habe ich gemacht, um in den Genuss von THG-Zertifikaten zu kommen. Vielleicht mache ich noch ein Video zu dem Thema THG-Zertifikate. Falls ihr Interesse habt, schreibt mir das in die Kommentare. Wie ihr seht, passt der Roller gut in die Garage. Und ihr werdet auch gleich sehen, dass er ebenso gut aus der Garage rauszufahren ist, wie wieder hineinzufahren ist. Mit dieser Aluminiumrampe ist es kein Problem, den Roller aus der Garage zu holen. Man sollte darauf achten, dass die Rampe zusätzlich gesichert wird, hier mit dem roten Seil. Auch ohne Hilfe lässt sich der Roller relativ einfach aus der Garage fahren. Da die Akkus mehr als 10 Kilo wiegen, ist es besser, die Akkus erst nach dem Rausfahren aus der Garage einzusetzen. Auch bei eingesetztem Akku hat man noch genügend Platz für einen Einkauf oder ein oder zwei Helme. Ich habe den Roller in der 4 KW-Variante gekauft. Es gibt auch eine 2 und eine 3 KW-Variante. In der 4 KW-Variante geht der Roller ab wie die Post. Selbst zu zweit. Die Dauerleistung ist mit 2,7 KW angegeben. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt etwa 270 Kg. Der Roller wiegt leer etwas mehr als 80 Kg. Ich habe mich für den Roller entschieden, da er als einer der wenigen bei mir in die Garage passt. Der Roller hat eine Länge von 184 cm, hat eine Breite von 70 cm und eine Höhe von 105 cm. Wenn beide Akkus eingesetzt sind, stehen mir etwa 2 mal 1,7 KWh an Energie zur Verfügung. Die sollten mir theoretisch etwa 100 km weit auf der Ebene reichen. Ein völlig entleerter Akku braucht etwa 7 Stunden zum Wiederaufladen. Aufgrund der Solaranlage auf dem Dach ist es kein Problem, die Akkus wieder aufzuladen. Da der Roller jetzt in der Garage steht, werden meine E-Bikes zukünftig auf einem Fahrradträger hinten am Fahrzeugheck mitreisen. Als Fazit. Ich bin begeistert. Zukünftig bin ich noch mobiler im Urlaub. Ich hoffe, das Video war informativ für euch. Tschüss! 06. liksom Türk-Pes 1. 2. 4. 3.